Hallo ihr Lieben, das ist eins der vielen Videos, wo ich mir dann so oft denke, die sollte ich vielleicht besser nicht machen oder ins Netz stellen. Ich bin aber so grob fahrlässig unterwegs, dass ich es trotzdem tue und zwar geht es um die Unterscheidung rechts und links. Wer das nicht weiß, die Unterscheidung von rechts und links hat einen historischen Ursprung, meines Wissens, angelesenes Wissen, in der Assemblée Nationale, also nach der Französischen Revolution. Das hat also kurz gesagt, dass wir heute in den Kategorien rechts und links denken und das ganze politische Geschehen entlang dieser Kategorien rechts und links überhaupt organisieren, ist alles andere als selbstverständlich und sehr wahrscheinlich, zumindest nach meiner Deutung, Ergebnis einer drastischen institutionellen verfassungsmäßigen Fehlentwicklung, die mit der Französischen Revolution fatalerweise begonnen hat. Also sozusagen, es gab nicht immer sowas wie rechts und links in der Politik, sondern das ist eine Erfindung der Neuzeit und wahrscheinlich ist es eine ganz üble Erfindung, die uns alles andere als hilfreich ist, um unser Gemeinwesen zu organisieren und ein gutes Miteinander, eine gute Gesellschaft zu realisieren. Also sozusagen, die Kategorie an sich steht uns wahrscheinlich im Weg, das möchte ich nur vorausschicken, den entsprechenden Artikel, wo ich das thematisiere, Demokratie ohne Parteien heißt der, verlinke ich hier unter dem Video, wer es will, kann es nachlesen, kann sich auch nochmal nachlesen, woher kommt das, da gibt es so einen Wikipedia-Verweis, ganz simpel und dann, wen das wirklich interessiert, mich interessiert es nicht weitergehend, also weil das ist nicht mein Thema, der kann natürlich danach forschen, woher kommt das, dass wir heute von rechts und links reden, rein historisch. Und hier, mir geht es mehr darum, dass es Alternativen dazu gibt, das politische zu organisieren, anders als entlang von Parteien oder eben der Unterscheidung von rechts und links. Dies gesagt haben, es geht jetzt in diesem Video aber um was anderes, nämlich um eine sehr zugespitzte und vielleicht übervereinfachende Deutung von mir, was der Kern des Linksseins und der Kern des Rechtsseins ist. Und beides eben unter dem Vorbehalt, dass ich überhaupt die Unterscheidung von rechts und links für eine hochfatale Entwicklung halte. Also sozusagen, ich betrachte hier die Resultate, eigentlich bin ich der Meinung, dass wir diese sozusagen an der Wurzel ansetzen sollten, also sowas wie rechts und links gar nicht erst entstehen lassen sollten. Aber wenn wir es schon mal haben, kann man auch darüber nachdenken, was ist der Wesenskern des Linksseins und des Rechtsseins. Und an meiner Deutung ist beides, Rechtssein und Linkssein, das Ergebnis von Irrtümern über die Welt und über die Menschheit, ja, nur sehr unterschiedlichen Irrtümern. Und die spiegeln sich auf eine gewisse Weise fast symmetrisch. Das heißt nicht, also wer das immer vielleicht jetzt hier mithört, die U-Theorie, ja, so, das ist das nicht, was ich hier vortrage. Ich trage was anderes vor, was sehr viel spezifisch, ich würde auch behaupten wollen, sehr viel schärferes als die Hufeisentheorie von rechts und links. Das ist nicht meine Rede. Ich will sagen, Leute, die links sind, haben eine ganz bestimmte Fehlannahme über die Welt, die sich identifizieren lässt und die also sehr viel auch erklärt an linken Verhalten und linken Einstellungen und linken, ja, so, was Linke so tun und was Linke so finden. Und genauso gibt es eine benennbare Irrtümer im Rechtssein, die sehr viel erklären, was so hervorgeht aus dem Rechtssein und was eben auch hochproblematisch ist an Leuten, die rechts sind, ja, und so, beides, also, wenn ich freundlich bin, sage ich, beide haben Recht nur in unterschiedlichen Punkten, wenn ich unfreundlich bin, sage ich, beide irren, aber nur in unterschiedlichen Punkten. Und worum geht's jetzt? Also, was ist meine komische, übervereinfachende Theorie von links und rechts? Meine Deutung geht wie folgt. Linke, und ich sage vielleicht vielleicht auch zur Offenlegung dazu, das ist eher mein Milieu, ne, also ich bin linkssozialisiert, schon aus Gründen meiner Familie, das hat viel damit zu tun, ja, so Eltern, große Willy-Brandt-Fans gewesen, immer SPD gewählt, so, das reden wir über die 70er Jahre, wohlgemerkt, ja, des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends, ähm, früher mal, ähm, und, äh, mit einer kurdischen Identität in Deutschland groß geworden, dann ist man eh schon irgendwie so in der Linken, der Linkenecke tendenziell, also, das ist so meine Prägung, ja, und auch das Gymnasium, auf das ich war, war, war extrem links, ja, alle wollten irgendwie Punk sein und irgendwie so, kam aber aus hochbürgerlichem Niveau, ich habe an einem humanistischen Gymnasium studiert, ja, es war so absurd, ja, Kinder aus gutem Hause, die dann mit revolutionärer Attitüde losgezogen sind und nicht als so komisches, kleines Unterschichtskind oder quasi mit, ne, untere Mittelschichtskind ist korrekter, mit Eltern, die beide nicht studiert hatten, die kein abgeschlossenes Studium oder gar nicht erst angefangen haben, ähm, bin da irgendwie reingestolpert und habe da nie so richtig wirklich reingehört, aber natürlich versucht dazu zu gehören und bin also linkssozialisiert, nur zur Offenlegung, ne, also, wenn man das noch dazu sagen muss. So, also, nichtsdestoweniger sehe ich Probleme und, so, und was ist jetzt das Problem mit den Linken? Aus meiner bescheidenen, begrenzten Sicht, Linke sind tatsächlich keine Realisten, was sowohl den heutigen Weltzustand als auch die Menschheit angeht, in welchem Zustand die Menschheit ist, wie wir Menschen sind. Das heißt, es gibt zu positive Annahmen über das Kooperationsniveau und, wenn man es vereinfacht sagen will, die Freundlichkeit der heutigen Welt. Linke denken sich die Welt zu freundlich, das kann man, wenn man es sehr freundlich deutet, sagen, als Vorausgriff, ja, nehmen, der aber leider nicht die Dynamik annimmt einer self-fulfilling prophecy. Also, sozusagen, Linke denken sich die Welt so, wie sie vielleicht sein sollte oder so vielleicht auch sein könnte, aber das Problem ist, dass es ihnen passiert, dass sie glauben, die Welt sei schon da oder sei nur einen kurzen Schritt davor, während sie also die drastische Distanz zu dem, was sie annehmen, einfach sozusagen ihnen so permanent entgleitet. Und das führt zu drastischen Fehlannahmen, die wir auch in der heutigen Politik also beobachten können, ja, kann man zu Stichwörtern sagen, Russland zum Beispiel, ja, aber eben sozusagen auch das Friedlichkeitsniveau der Menschheit, die Kooperationsfähigkeit der Menschheit, also, dass die Grenzen unserer Kooperationsfähigkeit gar nicht gesehen werden oder als Problem gar nicht thematisiert werden oder vielleicht auch gar nicht erkannt werden oder auch die Lösungen, wenn man es erkannt hat, hochnaiv und dysfunktional sind. Kurz gesagt, Linke haben kein realistisches Menschenbild und kein realistisches Weltbild relativ zum heutigen Ist-Zustand, muss ich sagen, nicht an sich. Wer vielleicht mitgehört hat, dass ich nicht wirklich metaphysisch, sondern dass ich politisch denke, der ist auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, ob diese Unterscheidung, das ist für mich eine sehr wichtige Unterscheidung, ob das anderen Leuten klar ist. Also, sozusagen, ich rede nicht von einer statischen Welt, ja. So, also, in der heutigen Welt, im heutigen Weltzustand sind, sozusagen, Linke nicht in der Realität unterwegs. So, das ist jetzt, legen wir mal kurz ad acta, das Problem der Linken ist, sie sind keine Realisten. Und so lässt sich kein, kein, nichts, nichts Gutes letztlich gewinnen am Ende, ja, so, in der Illusion. Also, Linke sind tatsächlich Leben in der Illusion, in der Illusionswelt. Das ist mein Erleben und ich bin, also, hochgradig linkssozialisiert, wenn nicht sogar linksextrem sozialisiert. So, als ein Ex-Linker oder wahrscheinlich immer noch Linker, denke ich das so. So, was ist das Problem mit den Rechten? Und das ist also fast spiegelbildlich symmetrisch, so symmetrisch, dass es fast schon wieder fragwürdig ist oder sozusagen Misstrauen wecken sollte, wie ich mir das denke. Also, vielleicht denke ich mir, dass so, zu schöne Theorien gibt es ja, ne, die zu schön sind, um wahr zu sein. Das ist also ein Vorbehalt gegen das alles, was ich jetzt hier erzähle, ein Grundzweifel an mir selber. So, was ist das Problem mit den Rechten? Die Rechten haben ein deutlich realistischeres Bild von der heutigen Realität. Also, sie sind sehr viel mehr in der heutigen Welt, in der heutigen Realität unterwegs als die Linken. Das Problem mit den Rechten ist, dass sie glauben, es wird immer so sein, es kann nicht anders sein, es wird nie anders sein und vielleicht sogar, es sollte nie anders sein. Das heißt, die Rechten versuchen, sich illusionär in einer Gesellschaft einzurichten, in der sich aber kein Mensch einrichten kann. Ja, wer also jetzt vielleicht ein bisschen Adorno hört, ja, so, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, ja, oder die Ursprungsfassung bei Adorno. Also, es kann der Mensch privat nicht mehr richtig leben, dass genau das, was Rechte nicht verstehen, dass man sich in einer solchen Welt, also, wieder, machen wir nochmal kurz den Schlenker zu Thomas Hobbes, also, in einer Welt, die einen Kampf aller gegen alle, ja, also, wenn ich es nochmal drastischer formuliere, sag, die Rechte denken sich den Kampf immer zu sanft, ja, sie haben ein insofern, ähm, wie soll man sagen, realistisches Bild, also, die Welt sehr viel konkurrenzorientierter, sehr viel unfreundlicher, sehr viel kampfförterer, Was sie unterschätzen, ist ja eigentlich ihren eigenen Freundlichkeit und Friedlichkeitsbedarf. Also, sie denken sich selbst härter, als Menschen überhaupt in der Realität sein können. Kann man übrigens an den Nazis extrem gut beobachten. Also, wenn man diese Kategorien, die ich benutze, mal drüberlegt über den Nationalsozialismus als Denkkategorien, dann versteht man den Nationalsozialismus wirklich nochmal ganz, ganz anders. Das war für mich eine große Erkenntnis, als ich sie hatte vor ein paar Jahren. Also, sozusagen, ein nochmal ganz anderes Bild dessen, was die Nazis da eigentlich gemacht haben, ja, also, sozusagen, noch ein anderer Zugriff, ein konzeptioneller Zugriff auf, was ist das, das interne Problem des Nationalsozialismus, Warum ist ja auch nicht rein zufällig, sondern aus systematischen Gründen gescheitert. Und das hat was mit diesem Thema, über das ich hier gerade rede, zu tun. Also, nochmal Kurzversion, Rechte versuchen, sich in einer Kampf- und Konkurrenzwelt einzurichten, und das können Menschen nicht. Also, andere Echte sind auch da illusionär. Sind realistischer, was den Ist-Zustand angeht, aber illusionär darin, dass sie glauben, dieser Zustand könnte sich stabilisieren, oder könnte von Menschen auch nur dauerhaft ausgehalten werden, das kann er nicht, ja. Menschen sind sehr weiche Wesen, ja, wissen wir heute aus der psychologischen Forschung, wir sind extrem verletzlich, ja, wir sind auch sozial extrem verletzlich, psychologisch sehr verletzlich, und das gilt für alle Menschen. Also, wenn wir die gefeierten Kategorien, so Resilienz, ja, hart im Nehmen und so, äh, Entschuldigung, könnt ihr alles Klo runterspülen, könnt ihr alle Pfeife runternehmen. Also, wenn wir, wenn wir, wenn wir wieder heutige wissenschaftliche Forschung über Menschen wahrnehmen, muss man sagen, die Superkraft des Menschen ist, dass es so extrem verletzlich ist, ja. Unsere Weichheit ist unsere Stärke als Spezies, ja, dass wir gerade nicht eine starke Außenhaut, ein Chitin-Panzer, dass wir keine gepanzerten Rieseninsekten sind, das ist unsere Superkraft, wir haben eine total weiche, empfindliche Oberfläche, das haben wir physisch, ja, in der Form unserer sehr empfindlichen Haut, das haben wir aber auch psychisch, wir sind hochreaktiv, hochverletzlich durch Umwelt, das ist unsere Superkraft, dass wir keine harten Hunde sind, sondern extreme Weicheier sind, das macht uns als Spezies übrigens so erfolgreich und so kooperationsfähig, unsere Weichheit. Lieben Gruß an Brini Brown, ja, Verletzlichkeit macht stark, ja, das ist so in popularisierter Form so angedeutet, worüber auch ich hier rede. So, so, also, zusammengefasst, Linke glauben, da schon zu sein, wo wir hinmüssten, und das ist ihre Illusion, dass sie die Distanz, wie weit wir davon faktisch entfernt sind, nicht wahrnehmen und auch den Weg dorthin nicht kennen. Rechte nehmen an, dass die beschissenen Verhältnisse, in denen wir es nicht aushalten können und uns nicht einrichten können, sozusagen naturgegeben seien. Das heißt, Rechte haben tendenziell ein statisches Menschbild, so Menschen und Weltbild nach der Wiese, die Menschen, die härtesten überleben, also so einen ganz naiven Sozialdarwinismus, super naiv, hat nichts mit wissenschaftlichen Begriffen von Evolution zu tun, rein gar nichts. Das ist ein grobes Missverständnis, auch von Survival of the Fittest ist ja, also muss man das heute noch sagen, ein grobes Missverständnis, ja, die heutige biologische Forschung hat sich extrem weit über Darwin hinaus entwickelt, was heutige Wissenschaftler über Gesellschaft sagen, also Biologen, ist was ganz anderes, als was im 19. Jahrhundert gedacht wurde, ganz, ganz anders, haben aber viele noch nicht mitgekriegt. So, also, Rechte haben tendenziell ein statisches Weltbild und denken, sozusagen, die Welt und die Gesellschaft wird immer Kampf sein und immer Konkurrenz sein, ja. Und das hochkooperative Wesen des Menschen, woraufhin wir angelegt sind, worin es nur mit uns, auch uns es nur gut gehen kann, also nur damit kann es uns gut gehen, mit einer kooperativen Gesellschaft, ja, einer freundlichen Gesellschaft, wird von Rechten nicht erkannt, ja. Und sozusagen, Rechte glauben und nicht daran, dass es einen Weg gibt von heute zu einer Welt, die deutlich kooperativer ist. Sie glauben, halten das für unmöglich. Und das ist auch prima facie so, auf den ersten Blick erscheint das so. Und wenn man also Rechten, neben dem, dass sie Illusionen haben, über wie hart sie selber sind, ja, oder wie hart Menschen im Allgemeinen sein können, könnte man ihnen vorwerfen, eigentlich letztlich sowas wie soziale Fantasielosigkeit und fehlende Vorstellungskraft, fehlende institutionelle Vorstellungskraft, fehlende Vorstellung davon, wie man Gesellschaft auch machen kann. Sie versuchen das gar nicht erst, weil sie es nicht für sinnvoll halten, ja, Experimente, ja. So, Adenauer, keine Experimente, ja, so, das ist so im Grunde die rechte Haltung, ja, und das ist nur dann eine sinnvolle Haltung, wenn man glaubt, die extrem unguten Verhältnisse, in denen wir heute leben, seien aushaltbar. Das ist eine Illusion, ja. Also, nochmal harte Ansage, Linke und Rechte leben jeweils in Illusionen, nur in sehr unterschiedlichen. Die Wahrheit, die Wahrheit, Entschuldigung, die Wahrheit ist, das macht zu viel Spaß, also, ich kann mich da selber nicht ernst nehmen, aber ich sag's jetzt mal trotzdem, die Wahrheit ist, wie es ist, kann's nicht bleiben, auf keinen Fall, können wir nicht aushalten, auch der härteste Hund, dem härtesten Hund wird das zu viel. Wieder, ich bemühe hier sehr stark das Beispiel der alten Griechen, weil die waren solche Hartenhunde, die waren keine Kinder von Traurigkeit, das waren ziemliche Arschlöcher, ja, also, die dunkle Triade, Psychopathie, Machiavellismus und Narzissmus, lässt sich auf die altgriechische Menschheit ziemlich gut drüberlegen, das waren also, kurz gesagt, keine sonderlich sympathischen, angenehmen Menschen. Genau diese Menschen haben die Demokratie erfunden aus Gründen, die ich so benenne, sie konnten es selber mit sich selber nicht mehr aushalten. Also, auch den Schlimmsten unter uns wird ein dauerhaftes Kampf und Streit und Stasis-Verhältnis, wie es die alten Griechen mal genannt haben, irgendwann zu viel. Und genau das ist bei den alten Griechen passiert, deswegen haben sie die Demokratie und die Politik überhaupt erfunden, weil sie es nicht mehr mit sich selber aushalten konnten. Das heißt, mit einer Welt, die aus reiner Konkurrenz und reinem Wettbewerb und reinem Kampf besteht, die ganze Zeit über, wo das nie aufhört und keine Grenze kennt, ja. Also, sozusagen, entgrenzter Kampf ist für den Menschen unaushaltbar. Das haben die Griechen erfahren und, ja, die Moderne hat das irgendwie noch nicht so richtig verstanden, hart gesagt. So, beziehungsweise, wenn auf der linken Seite der Menschheit ist es so, man glaubt schon, da zu sein. Und dann ist man immer wieder überrascht, warum wieder Krieg ausbricht. Oder warum, also, die ständige Empörung der Linken ist nur sinnvoll, wenn man lenkt, schon weiter zu sein, als man faktisch ist. Und das erklärt so gut die Empörungskultur der Linken. Und das bringt uns aber auch nicht weiter. Du kannst aber nicht permanent empört sein. Und auch Empörung an sich ist nicht unbedingt immer eine positive Kraft, ja. Menschen tun auch schlimme Dinge aus Empörung teilweise, ja. Sollte man mitbekommen haben im 20. Jahrhundert, ja, dass das passiert ist. So, also das grausamste, größte Grausamkeiten und Verbrechen im Namen der Empörung begangen wurden. Ja, also, ich will nicht Empörung generell schlecht machen. Es gibt vielleicht auch gute Empörungen, wahrscheinlich sogar. Aber sozusagen, wenn man ständig empört ist, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, genauso wie man ständig enttäuscht ist, ja. Um sich ständig enttäuscht zu sein, muss man sich immer erst mal ständig getäuscht haben, logischerweise. Und dann ist dann irgendwas merkwürdig. Also Menschen, die ständig enttäuscht sind, da stimmt dann irgendwas nicht. Weil, man muss mal fragen, wie kriegst du so viel Täuschung überhaupt hin, um ständig enttäuscht zu sein? Irgendwann lernt man ja dann dazu und sagt irgendwie so, ja, okay, davon muss ich wahrscheinlich ausgehen. Ja, und dann ist man also enttäuscht einmal und wird sich nicht wieder täuschen, weil man von einem anderen Realitätsniveau ausgeht. Weil man sowas verstanden hat, wie grundsätzlich die Welt funktioniert. Und dazu gehört auch heute, dass wir verstanden haben, dass wir in einem schlechten Weltzustand leben, der halt aus permanentem Kampf und Konkurrenz besteht, wie wir nicht fort existieren können, wo wir auch kein gutes Leben haben können. Und dass wir aber da sind, müssen wir erst mal anerkannt werden und das verstehen viele Linke nicht. Viele Linke glauben, die Menschheit hätte sich weiterentwickelt. Und dass sie das also in vielen Bereichen, also zum Beispiel, erst jüngst wieder gehört, es gibt keine Sklaverei mehr. Leute, auf welchem Planeten lebt ihr? Es gibt keine Sklaverei mehr heute. Meint ihr das ernst? Oder, was geglaubt wird, wie weit wir schon in der Gleichstellung von Mann und Frau seien, also wie weit die Emanzipation schon gediehen sei. Habt ihr euch mal die ökonomischen Verhältnisse und Machtpositionen angeschaut in der Realität, wie die heute verteilt sind? Habt ihr euch die Parlamente weltweit angeschaut? Habt ihr euch die Staatsposten, habt ihr euch die Vermögensverteilung weltweit angeschaut? Habt ihr euch die rechtlichen Verhältnisse weltweit angeschaut? Und dann kommt ihr zu solchen Schlüssen. Liebe Leute, das hat mit der Realität, mit der sozialen Realität nichts zu tun. Unsere Fortschritte über das, was wir naiverweise das Mittelalter nennen, sind minimal. Wir leben nach meiner Deutung im besten Fall im auslaufenden Spätmittelalter. Wir leben immer noch im Mittelalter. Wenn es gut läuft, wenn wir Glück haben, wenn wir die richtigen Schritte erkennen, ist das das Endstadium des Mittelalters. Die Neuzeit hat noch gar nicht begonnen. Wir leben nicht in der Neuzeit. Wir leben im auslaufenden Spätmittelalter. Fast alle unsere Institutionen sind immer noch mittelalterlich paternalistisch geprägt. Unsere Institutionen, nicht unser Mindset. Und auf die Institutionen, auf die konkreten Formen der Gesetze kommt es an. Deswegen, also von mir auch oft bemüht, was ich echt feiere, also aus emanzipatorischer Sicht, sind sowas wie das gesetzliche Ende der Hausfrauen-Ehe in Westdeutschland, wenn ich noch richtig im Kopf habe, 1976. Oder die Anerkennung der Vergewaltigung in der Ehe als Straftatbestand. Wann war das? 1993? 1991? Also sehr, sehr spät. Immer wieder vielleicht für nicht so bekannt mehr. Wenn du vor diesem Datum als Ehefrau zur Polizei gegangen bist und gesagt hast, die wurde vergewaltigt, musst du die Polizei dich fragen, war es ihr Ehemann? Dann sind wir nicht zuständig. Weil es gibt keinen solchen Tatbestand wie Vergewaltigung in der Ehe. Das ist eine sehr späte Entwicklung. Warum erwähne ich das an dieser Stelle? Weil das rechtliche Veränderungen sind. Institutionelle Veränderungen. Das ist Realität. Wer ein bisschen Hegel gemacht hat, weiß, dass die Realität der Gesellschaft die Institutionen sind. Und wenn die Institutionen sich nicht ändern, kannst du an deinem Mindset so viel rumschrauben wie das, kannst du so viel meditieren, Yoga, irgendwas machen. Das ist wurscht. Die Institutionen sind immer noch die gleichen. Es kommt auf die Institutionen an, genauer gesagt auf ihre konkreten Formen. Das ist Realität. Wenn sich Gesetze ändern, wenn sich Verfahren ändern, wenn sich Verfassungen ändern, dann, das ist Realität auf gesellschaftlicher Ebene. So. Haben einige verstanden, aber nicht sonderlich viele. So, heute bin ich aber echt auf Krawall gebürstet. Das ist ja furchtbar. So. Was ich sagen würde ist, also nochmal, rechts und links ist eine Fehlentwicklung, eine politische Fehlentwicklung, überhaupt damit angefangen zu haben. Aber da wir es schon haben, können wir mal benennen, was so der grundlegende Irrtum der allermeisten Linken ist. Und das ist, sie glauben weiter, dass die Gesellschaft schon weiter ist, als sie ist. Das erklärt auch viele, zum Beispiel außenpolitische Dinge, die für möglich gehalten werden. Oder umweltpolitische Dinge, die für möglich gehalten werden, die dann immer wieder scheitern. Ja. Warum geht es so wenig voran? Das sehen Rechte sehr viel realistischer. Ja. Sie sehen die Welt, der sich jeder selbst der Nächste ist, sehr viel klarer. Dass wir damit aber nicht leben und fortbestehen können, das sehen sie nicht klar. Also sie halten diesen Zustand für stabil und außerhalb dauernd. Und das ist er nicht. Er ist in sich instabil und geht auf letztlich Selbstzerstörung der Zivilisation, wenn nicht der Menschheit. Also der Krieg aller gegen alle ist kein stabiler Zustand. Könnte man übrigens auch, nur das nur am Rande, ich bin ja ein großer Hobbes-Fan, wer das nicht weiß, Thomas Hobbes. Obwohl ich die Grenzen von Hobbes und die Problematik bei Hobbes auch überdeutlich sehe. Es gibt auch ganz drastische Kritik von mir als Hobbes natürlich. Aber ich bin im Kern großer Hobbes-Fan. Ich habe ein Jahr meines Lebens damit verbracht, nur den Leviathan von Thomas Hobbes zu studieren. Fast nichts anderes gemacht in der Zeit. Ein Jahr meines Lebens. Kostbare Lebenszeit. Und es hat sich gelohnt, möchte ich nach wie vor behaupten. So lange her und mittlerweile ist mein Hobbes-Wissen wirklich verwässert. Nur noch rudimentär. In Restbeständen überhaupt vorhanden. Der Mensch vergisst. Aber Hobbes wird häufig für einen rechten Denker gehalten. Und das, Entschuldigung, ist er nicht. Hobbes ist kein rechter Denker. Nicht nach den Begriffen, die ich hier verwende. Hobbes hält den Naturzustand durch Institutionen zu veränderbar. Und das hat also meinen philosophischen Lehrer zu der Aussage gebracht, dass Hobbes einer der größten politischen Optimisten ist, die die Politiktheorie oder die politische Philosophie zustande gebracht hat. Wenn man Pessimisten sucht, wirkliche Rechte, da muss man also bei ganz anderen Leuten suchen. Also es geht in Richtung Platon oder in Richtung Thucydides. Das sind rechte Denker. Die haben dieses statische Denken. Hobbes denkt nicht statisch. Hobbes hält den Naturzustand institutionell für überwindbar. Und damit ist er eigentlich ein linker Denker. Und für die Linke ist er aber zu realistisch. Weil die Linke die Realität nicht wahrhaben will. Sie will nicht wahrhaben, dass wir in einem Zustand leben, der tatsächlich den Tatbestand des Bellum Omnium Contra Omnes erfüllt. Denkt das Kampf aller gegen alle. Wir leben in einer Kampfwelt, einer Konkurrenzwelt. Das ist nicht gut. Was Hobbes sagt ist, diese Welt ist institutionell überwindbar. Das ist die eigentliche interessante Position. Ist aber in Bausch und Bogen verdammt worden. Damals noch unter sehr stark theologischen Vorbehalten. Also man hat Hobbes auch sehr stark seine Theologie vorgehalten, die er vermeintlich hat und so weiter. Warum Hobbes kein anerkannter Denker ist, in seiner Produktivität nicht erkannt wird, hat großteils auch historische Gründe. Aber es hat auch heutige Gründe. Nämlich die Illusionen, die es auf der rechten Seite und die Illusionen, die es auf der linken Seite gibt. Da liegt nämlich Hobbes in beiden Fällen völlig quer zu beiden. Also sozusagen das, was Hobbes heute, Thomas Hobbes heute zum interessanten Denker macht, ist, dass er die Illusionen sowohl der rechten als auch der linken beide nicht teilt. Es gibt ein sehr schönes Hobbes-Zitat, das ich sehr liebe. Das geht in die Richtung, als meine Mutter mich gebar, gebar sie zwei Kinder, mich und die Angst. Das würde ich sofort unterschreiben. Also Hobbes steht zu einer, zu der Angst, die er erlebt hat, eben auch im Zuge der englischen Bürgerkriege, des 30-jährigen Kriegs, die alle zu Lebzeiten von Thomas Hobbes, wenn ich es richtig im Kopf habe, stattgefunden haben. Also der Mann wusste, was Krieg ist, weil das war die Zeit. Man hat das erlebt, das Morden en gros und die Verheerungen, die durch Krieg angerichtet werden. Das war also nicht ausgedacht, das war erlebtes Leben, das war Realität in der Zeit. Und davon ausgehend denkt Hobbes politische Theorie, also aus die Realität, die unaushaltbare Realität vor Augen haben. So, da sind wir auch heute. Wir haben auch eine unaushaltbare Realität. Und da haben sie nicht nur vor Augen, sie durchdringt uns. Wir sind ihr ausgesetzt. Wir sind, wie gesagt, extrem verletzlich im Leben. Wir erleiden und erleben das Leben, ob wir wollen oder nicht, weil wir so viel uns abgrenzen, nicht können, dass nicht die Welt die ganze Zeit mit uns was machen würde, weil wir Menschen halt nun mal so sind, dass Welt was mit uns macht. Und zwar oft mehr macht Welt was mit uns, als wir was mit Welt machen. Das ist sehr viel stärker, und das ist eben auch Realismus, sehr viel mehr Passio als Aktio. Das mag der Mensch nicht so gern. Will er nicht anerkennen, dass wir mehr Passio als Aktio sind erst mal. Dass um gestaltende, gestalterische Wesen zu werden, also die ihr Leben tatsächlich im Griff haben, oder zumindest bewusst beeinflussen können, dass das sehr voraussetzungsreich ist, also sehr eigenartiger Aktivitäten bedarf, um überhaupt dahin zu kommen, dass das nicht einfach gegeben ist. Aber das auch nur am Rande. Ja, also unser Menschenbild ist hoch fragwürdig. Das Bild, das wir von uns selber haben. Wie wir glauben zu funktionieren, und wie halt heutige wissenschaftliche Forschung sagt, dass wir in der Realität funktionieren. Wir haben eben auch keine realistische Anthropologie. Wir haben kein realistisches Menschenbild. Und so werden wir nicht weiterkommen. Und das hat auch sehr viel mit unseren politischen Formen zu tun. So. Keine Ahnung, wem das was sagt, was ich hier erzähle, oder wer das aufnehmen kann, ohne jetzt nur angepisst zu sein. Also ich gehe immer davon aus, wenn jemand sich hinsetzt wie ich auf sein komisches Sofa, sein komisches zerknittertes Sofa, und komische Dinge erzählt, dass eigentlich die meisten nur angepisst sein können, von dem, was so ein komischer Typ wie ich erzählt. Das ist so meine Grundannahme. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich kann es nur sagen, wenn ihr es anders seht, oder ihr halt andere Dinge erlebt habt, oder ihr andere mentale Konzepte habt, oder andere Philosophien oder andere Theorien habt, ja, okay. Ich kann daran nichts ändern. Ja, genauso wie ihr nicht ändern könnt, wie ich denke. Weil wir stehen in keinerlei Form von Kontakt miteinander. Glücklicherweise. Und, ähm, jo, dann ist das so. Ja, und, ja, ich bin damit lustigerweise völlig im Frieden. Also, dass andere Menschen das bescheuert und dämlich und völlig verfehlt halten, wie ich denke, was ich denke, das, äh, ja, klar, wie könnte es anders sein? Völlig verschiedene Leben, völlig verschiedene Ressourcen, völlig verschiedene Voraussetzungen, völlig verschiedene, eben, Dinge erlebt, und erleben auch in der Gegenwart völlig verschiedene Dinge. Natürlich denken wir verschieden. Wie könnten wir nicht verschieden denken? So, dies gesagt haben, ende ich dieses Video, wie ich alle meine Videos beende, mit Ceterum Censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Demokratie, die Isonomie, die Politi gelost werden muss. Ich bin mit Ceterum Censio, nicht. Vielen Dank.